Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders 2. Wir haben ja das letzte mal das Haus hier angefangen, sag ich jetzt mal angefangen, weil es ist ja noch nicht fertig. Ich habe jetzt noch gar hier ein bisschen was ergänzt, weil ich mir dachte, das schaut eigentlich so ganz gut aus und das reicht, wenn hier diese zwei Felder im Grunde offen sind. Es schaut schön symmetrisch aus, also gefällt mir recht gut. Das würde ich eben alles so lassen, wie es ist, weil es soll ja auf dem Fels gebaut sein. Ich muss jetzt nur mal schauen, ob ich nicht das da hinten noch ein kleines bisschen ändere mit den Säulen. Da muss ich jetzt echt mal schauen, weil ich habe nämlich das jetzt hier so gemacht und würde, ja ich muss ja auch den Turm selber noch fertig machen, das ist ja noch das nächste, weil da sind wir ja noch lange nicht so weit. Die blaue Farbe ist am durchlaufen. Ich würde sagen, wir springen auch mal ganz kurz, ja ihr seht da oben auch auf der Spitze des Turms, da habe ich auch schon ein bisschen was gemacht, aber wir springen jetzt mal ganz kurz dahin. Es wird noch nicht sehr viel fertig sein, aber ich hoffe zumindest ein paar von den blauen, das fertig sind. Ah, nicht wirklich. Okay, ihr seht auch, ich habe sehr viel schwarze Farbe jetzt am produzieren, weil ich war nämlich mal ganz kurz auf unserer Hauptinsel und habe dort Kaffeebohnen mitgenommen, was dann da war und habe das dann jetzt hier gleich reingeschmissen und vielleicht zeige ich euch noch ganz kurz, was ich dort hinten am Laufen habe, weil es geht langsam voran. Ich habe glaube ich insgesamt um die vier Stunden das Spiel laufen lassen und war selber zwei Stunden lang tätig, sprich mit abbauen, weil ich habe nämlich Erde gebraucht, sehr viel. Ich habe dann 10.000 Erde oder sowas geholt von der einen Blühinsel, dass wir da was haben. Es wächst jetzt hier Kaffee und es wachsen hier vorne nochmal zwei Felder Kaffee und hier wachsen nochmal Auberginis, ebenso hier und hier. Also wir haben jetzt drei Felder Kaffee, drei Felder Auberginis. Wird aber alles nochmal geändert. Also es wird alles nochmal geändert. Also auch mit den Feldern und so weiter. Ihr seht es da hinten schon, die sind fleißig am Bauen. Ich habe hier immer vier Blöcke hoch diesen grauen Stein, weil den sieht man ja eh nicht mehr. Das soll einfach nur Füllung sein. Ich hätte natürlich auch nur einfach Stelzen machen können oder was weiß ich. Aber ich dachte mir, nee, kommt Pfeif drauf. Ich lasse die das komplett voll füllen, so wie es sein soll. Und dadurch entsteht halt jetzt so langsam hier eine schöne große Fläche. Yep. Und wenn ich jetzt mal draufgehe, wir brauchen alleine 3.000 Erde für die obere Fläche, 3.072 Erde. Und das Doppelte natürlich dann hier an den grauen Blöcken, also 6.000 Blöcke für den Plan. Also der ersetzt ja noch nicht das Maximum an Größe, was möglich wäre. Aber ich denke, das reicht, dass ich das zumindest dann immer stücklesweise hier vorziehen kann. Ich habe dann mit den Golems hier vorne immer die Hügelchen weggehauen und alles, was auch da unten ist, was ja eh weg muss, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. So brauchen die dann das Zeug nicht weghauen und können direkt ans Bauen gehen. So, hier habe ich dann auch noch ein bisschen Erde abschöpfen können, aber nicht sehr viel, weil das nämlich hauptsächlich diese Tonerde ist, die hier auf dem Eiland verbaut ist. Jetzt seit hier weiter innen kommt dann die normale Erde, aber ja, ich muss auf jeden Fall nochmal auf eine von den Inseln und muss schauen, dass ich da Erde herbekomme. Ja, da ist nämlich nicht sehr viel drin. Ja, da sind noch 170 Erde drin, also das reicht bei weitem nicht. Ich habe dann hier vorne die obere Schicht Erde einmal ausgetauscht mit dem hellen und dunklen Dolomit, den ich einstecken hatte. Hier habe ich dann ein bisschen Kreidestein verballert, einfach weil ich halt recht viel davon habe. So, würde ich sagen, ich lege mich jetzt gleich hin. Das ist natürlich ganz toll, wenn es hier Nacht ist, weil dann bauen die nicht, dann geht es nicht voran. Und ich habe auf unserer Hauptinsel noch ein paar Bewohner hierher geholt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier irgendwo einen Plan habe. Aber ich glaube, hier liegt nichts. Ich glaube, die habe ich nur da vorne. Den habe ich glaube, ich nur hier liegen. Ja. Schauen wir mal kurz rein. Wir gehen mal hier auf die, ähm, Klinge, Search, Alle. Ne, Community passt schon. Also ihr seht ja, Schaf, ein Kuh, ein Hund, ein Huhn. Ähm, wir haben die zwei Golems, die zwei Killermaschinen. Und ich habe jetzt halt einfach von den Dorfbewohnern hier mal noch ein paar mit hergeholt. Ebenso, ähm, Bauern, dass das auch mit den, äh, Feldern etwas schneller geht. Habe jetzt hat mir dann noch Buddy Shipper hergeholt. Peer, Rosi, Lulu und ich glaube, den Kadaver Corporal habe ich noch mit hergebracht. Ist der da? Ach nee, der ist auf der Erbauer. Ne, das passt dann schon. Also wir haben alles, alles ab hier ist, äh, Community. Alles, was hier ist, ist ja das Erbauer-Eiland. Ähm, das ist aber komisch, dass ich die, ach so, naja, gut, weil ich hier auf der Community-Insel bin, ne. Deswegen werde ich, bekomme ich die nicht extra angezeigt. Das habe ich dann nur hier. Ja, also ab, Lulu. Das ist alles hier. Kann man mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt halt 35, haben wir jetzt halt hier auf der Community-Insel. Und, äh, so geht es dann auch ein bisschen schneller voran. So, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das werden wahrscheinlich eh bloß noch drei weitere fertig sein. Boah, es ist echt enorm viel. Also ich bin glücklich über die Insel. Ah, doch. Na, durch die Nacht, stimmt. Durch die Nacht haben wir da ein bisschen mehr jetzt. So, dann können wir auch ein paar von den Schwarzen raus. Na ja, gut, hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil Schwarz habe ich sehr viel schon da. Ich habe nämlich auf dem Erbauereiland schon einiges durchlaufen lassen, also auf der Hauptinsel. Ähm, deswegen haben wir 800 Schwarz auf jeden Fall schon da. Blau habe ich halt nur 58, ne. Ähm, ich lasse aber zumindest gerade durchlaufen. Also insofern passt das schon. So, wir werden jetzt einmal rüberspringen wieder zum Dock. Ähm, ich möchte es eigentlich hier erstmal fertig machen, bevor ich da irgendwas anderes mache. Ich habe hier oben die Türen rein, allerdings wurde dann trotzdem ein Raum erstellt. Liegt wahrscheinlich daran, weil da Treppen sind. Selbst als ich das dann ein bisschen reingezogen habe, hat das nicht geholfen. Deswegen habe ich dann die Steine, wo jetzt die Lampen stehen, weggehauen. Und in dem Moment ist es ja hier draußen nicht zu. Also, insofern war das dann kein Raum. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Wir gehen jetzt mal nach oben. Hallo? Bisschen näher ran, danke. Gehen wir mal nach oben. So, ich habe jetzt hier schon mal alles gemacht mit, ähm, Gitter. Also, was heißt Gitter? Halt mal mit einer Absperrung, dass ich da nicht runterfalle. Und wollte jetzt halt hier auch weitermachen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich das Material einstecken habe, was ich hier zum Bauen brauche. Natürlich nicht. So, von daher gehen wir noch mal ran. Schauen wir mal, wie finde ich das jetzt da? Oh, wir könnten doch mal mit den großen Säulen arbeiten. Das wäre eigentlich auch mal nicht so verkehrt. Schauen wir mal, wie das ausguckt. Weil das Blöde nämlich ist, dass die Säulen ja nur auf einer Seite diese flache Seite haben. Und auf zwei Seiten, also zwei Seiten flach, zwei Seiten diese Rundung. Wenn nicht, machen wir jetzt einfach noch mal hier welche, weil die würden wir eh brauchen. Dann würde ich sagen, wir färben mal ein paar von den Deko-Sachen noch. Und zwar die hier. Ich habe zwei in blau. Jetzt mache ich mal noch acht Stück. Von denen müsste ich noch mal welche in blau machen. Und ich bräuchte da an die 100 Stück. Wir machen trotzdem nur mal 40. So. Und dann hoffe ich, dass ich hier noch ein bisschen was machen kann. Ansonsten muss ich mich hochstacken. Das wäre mir egal. Gehen wir mal auf die Erbaueransicht. Okay, da kann ich nichts machen. Ich kann höchstens noch schauen, ob ich hier noch welche draufsetzen kann. Das müsste eigentlich gehen. Mal einfach so hoch, wie es geht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch was habe. Da komme ich nur da gerade so hin, aber das reicht nicht. Hier müssen wir auch noch. Nein! Ich hasse es, wenn das passiert. Da muss ich doch noch ein bisschen weiter rüber. So, jetzt. Gehe. So, dann hoffe ich mal, dass sie so passt. Da ist gut. Naja, und schon sind sie weg. Darum sage ich ja, ich bräuchte hier über 100 Stück, weil da drüben sind ja auch noch welche. Und die 40, das ist ja gerade mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, ich würde aber sagen, dass ich hier noch auffüllen mit weiß. Weil ich denke, dass das besser ausschaut, wenn das hier ringsherum geht. Das soll ja so ein bisschen auch als Schutz sein. Fang er denn das Spiel mit Kätzchen? So. Äh, nein. Geh raus. Schau hoch. Na gut. Dann muss ich jetzt wieder nach oben. Mal da hochlaufen. Warte mal. Ich mag es immer ein wenig lieber, wenn ich es dann in der Ansicht habe. Sonst kriege ich einen Drehwurm. So. Wir gucken mal, ob wir hier was machen können. Ah, ich habe mir da extra einen Stein hingestellt. Stimmt ja. Dass ich da noch mal drauf komme, weil ansonsten habe ich keine Chance. Das sind die Dings hier. Äh, Moment. Dann machen wir das mal so. Weil ihr müsst weg. Hier müssen nämlich die hin. Ich denke auch, dass ich das jetzt mal dran lasse. Ähm, ne. Ich wollte eigentlich das da machen. Da muss ich auch nichts drehen oder sowas. Tut mir leid, Kätzchen. Du bist ja schnell da oben. Okay. Jetzt ist dann nur die Sache. Ich müsste irgendwie... Ja, eben. Das kann ich ja von hier aus machen. Ähm. Setzen wir mal da einen Stein hin. Ähm. Dich haue ich... Weg. So. Und dann machen wir... Genau. Machen wir das mal so. Weil dann kann ich nämlich von oben da drauf hüpfen. Hier würde ich sagen, mache ich es im Grunde genauso. Dass ich meine Hölzer hier, ne. Die blauen, dass ich die platzieren kann. Weil wenn ich dann hier stehe, dann komme ich da sauber hin für beide Seiten. So. Ich muss noch mehrere machen. Ich sehe schon, das klappt nicht. Hier fehlt auch einiges. Glaubt ihr mir, dass ich, ähm, wirklich ernsthaft überlege, dass ich das Ganze versetze? Ich meine, ihr kennt mich. Ihr wisst, ihr wisst, wie verrückt ich bin. Und, ähm, ich hätte halt echt Bock, ne, dazu. Weil mich nervt es, dass das Teil hier fehlt und das hier fehlt. Und es sollen ja hier noch welche dazwischen. Es sollen ja hier nochmal schwarze mit dazwischen. Und das ist nix. Das ist irgendwie nix. Ich weiß nicht. Das ist... Es stört einfach. Also mich persönlich stört es zumindest. Ich müsste ja im Grunde das alles hier nur ein einziges Mal auf einen Plan packen. Und dann verschieben. Und dann wäre es gut, ne. Ich könnte das im Grunde machen bis zu den Treppen davor. Ich glaube auch, dass ich das machen werde. Glaube ich wirklich. Okay. Aber jetzt erst einmal... Äh, ich weiß nicht, ob ich das... Doch, das geht. Ich habe jetzt gedacht, dass ich da nicht hinkomme. So, da brauche ich ja nur zwei. Weil hier haben wir fertig. Hier haben wir fertig. So, dann können wir mal schauen, wie weit wir hier noch kommen. Ähm... Dann musst du wieder weg. Weg. Hä? Warum kann ich nicht zuschlagen? Achso, weil ich das Schwert in der Hand habe. Deswegen. Oh, das könnte aber gerade bis aufs... Aufs Letzte gehen. Ja. Tatsächlich. Haha, gut. Gut. Und Fenster müssen ja auch noch rein, ne. Das ist ja noch das Nächste. Und dann muss ja oben drauf auch noch die Möglichkeit gegeben werden, dass man hier im Grunde die Lichter zündet, wenn man so will. So, jetzt gucken wir mal, komme ich hier rüber. Ja. So, dann können wir nämlich gleich hier nochmal unsere... Genau, so, weil dann kann ich mich nämlich da hinstellen. Nach oben muss ich eh nochmal, aber das ist jetzt das erste Mal egal. Machen wir mal die... Den da weg. Achso, ist schwer. Machen wir den da mal weg und dann füllen wir einfach jetzt mal die da auf. Wir füllen halt jetzt mal das auf, was wir haben, ne. Gut. Wir brauchen echt noch einiges an Hölz. Ich möchte halt nicht zu viele machen, weil es mir da echt schade drum ist um die Farbe. Ich wollte mal schauen, wie das da ausguckt, wenn ich da... Ah, ich habe die falsch platziert. Ja, gut. Nochmal. Ähm, hier und hier. Oder da, wo die blauen Streifen sind. Da könnten wir es hin machen. Probieren wir es mal, ob ich die da platzieren kann. Ja, es geht. Es geht, weil die sich immer an der Mauer ausrichten. Wo bist du? Da. Ja. Finde ich okay. Finde ich total okay. Okay, gehen wir mal raus aus der Ansicht. Wir fliegen mal da runter. Wir schmeißen uns mal ins Bett. Schnarch, schnarch. Schnarch. Aber ihr merkt schon, das Island wird komplett unik. Na gut, einmalig sind alle Islands, ne. Das ist klar. Äh, nein. Dahin wollte ich. Ja. Ach gut, wir haben noch mal... Ja, schön. Rein damit. Dann können wir nämlich gleich wieder rüberhüpfen. Und dann würde ich sagen, wir machen... Auf jeden Fall noch mal 50 Stück von den Teilen. Äh, okay. Wir haben da noch 20. Die da. Die da. In blau und zwar 50 Stück. Jetzt hoffe ich mal, dass das passt. Also so weit hoch ist es nicht einmal. Die Fenster werde ich dann von innen anreißen, sodass sie symmetrisch ringsherum gehen. Allerdings werden die von hinten beleuchtet, so wie ich es auf dem Hauptisland gemacht habe. Dass dahinter dann die, ähm, man sagt schon, die Fenster sind. Äh, die Lampen sind. Oh, cool. Und das ist jetzt halt, wo ich wieder da oben bin, ne? Äh, ups. Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte es von... Hier machen. So. Jetzt habe ich... Na ja, gut. Jetzt kann ich eh nur nicht färben. Gehen wir mal noch einen Lauf-Gel. Und dann müsste ich das da unten eigentlich auch noch ergänzen können. Ich will da unten hin. Oh Mann. Ähm. Ah, okay. Yes. Damit haben wir das. Okay. Ich muss nicht runterfallen. Jawohl. Gut, gut. Ui. Fast. So, ich glaube, deine sieben Leben habe ich schon längst aufgebraucht. Okay. Ne, zehn Stück habe ich ja noch. Ah. Na gut. Wenn ich jetzt eh schon unten bin, dann ist es egal. Au. Aua. Das wollte ich jetzt nicht. So, dann hüpfen wir mal nochmal ganz schnell da vorne hin. Ja, eigentlich wollte ich die Teile da vorne hin machen. Dass ich das sehe. Aber ist okay. Wollen wir mal. Wo seid ihr? Ich wollte es im Grunde so ein bisschen als Anhaltspunkt haben. Ich wollte es im Grunde so ein bisschen als Anhaltspunkt haben. Ich weiß bloß nicht, ob das jetzt passt. So. Ähm. Ja. Wir brauchen dich. Ich würde sagen, wir legen auch da oben gleich wieder los. Dass ich erst einmal Dester wegmache. Weil das ist nämlich eh zu hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob die Richtung in die Weite passt. Ich habe sehr viele Pflaumbärbäume auch mitgenommen von dem Eiland. Ich habe auch noch, ich glaube, fünf oder sechs von den Rosenblüten, also von den Kirschbäumen gefunden. Und ich habe auch noch viele von den Blumen gefunden. Von den Weißen mit den Schmetterlingen. Das fand ich toll. So. Jetzt machen wir hier noch weg. Und dann können wir nämlich gleich den nächsten Plan hinsetzen. Genau. Wir machen jetzt, äh, bis dahin. Und bis hier noch. Jawohl, passt. Okay, haben wir gut eingesammelt. Dann Dester muss noch weg. Ich muss bloß aufpassen, weil ich habe mir nämlich schon mal die Fläche zerstört, die ich da hingebaut hatte. So, damit passt das. Dann schnappen wir uns mal... Ja, die Steine, die bleiben eh liegen. Dann schnappen wir uns mal den gelben Plan. Hier kommt nach unten rein. So, ich behalte welche drin. Gelber Plan, gelber Plan. Äh, nein, äh, R. So. Jetzt muss ich eigentlich nur drauf achten. Kann ich ein bisschen weiter weg? Das ist gut. Ich muss eigentlich nur drauf achten, dass ich jetzt hier gerade so mit dem gelben, jawohl, unten drunter bin. Einmal nach unten und dann ausbreiten. Es wird hier unten stellenweise immer ein Zweck bleiben. Aber das ist egal. Ich habe geschaut, dass ich hier schon Wasser und so weiter wegschöpfe. Ich wollte aber nicht so weiter nach vorne kommen. Nicht, dass ich das mehr beschädige. Das wäre nämlich nicht so gut. So. Wir brauchen... Ähm, halt, da kann ich nochmal draufbleiben auf hier. Wir brauchen einige sind grauen Blöcken. Wir sind 4.000, das ist eh viel zu wenig. Wir machen jetzt mal 10.000 von den Blöcken. Ja, oder so. Reicht natürlich auch nicht, ist auch klar. So, jetzt steht die Kiste nur schon wieder so weit weg. Ich schaue mal, dass ich die Kiste da vorne hinstelle oder hier hinstelle. Habe ich noch eine einstecken? Ja, sogar zwei. Passt. Dann machen wir nämlich da mal eine Kiste hin und schmeißen dann hier die grauen rein. Ups, ähm, nochmal. Ich gehe gleich in die Kiste rein, am besten zu eröffnen. So, und Erde habe ich eh nicht mehr. Ne, ich habe wirklich keine Erde mehr. Ich bin komplett leer. Ähm, naja, ist egal. So, was haben wir denn da drin? Da sind eigentlich nur noch 33 von den Blöcken drin. Dann nehme ich die jetzt mal raus. Den Rest lasse ich drin. Das ist egal, das ist alles nur Kreidestein. Na ja, gut. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte das schön hier alles reinschmeißen. Aber ich habe wirklich nichts mehr. Nicht einmal mehr einen Stein Ehre. Es hat halt genau gepasst, ne? Wahnsinn. So, aber eigentlich wollte ich das noch gar nicht platzieren. Fällt mir gerade ein. Weil ich wollte ja nochmal unterwegs sein. Warte mal, wenn ich den, wenn ich die schon mal so weg habe. Dann weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Okay. Dann werden wir den Plan jetzt nochmal wegtun. So. Ist schon hart. Okay, und dann würde ich sagen, ich schmeiße jetzt mal die Sachen alle unten rein. Den Plan lasse ich noch. So. Den Rest kann ich lassen. Dann springen wir mal ganz kurz nach unten zum Dock. Und werden mal... Ja, wir müssen leider... Wir müssen leider halt erst auf unsere Hauptinsel und dann von der Hauptinsel wiederum zum Island zu fahren, wo ich hin möchte. Und dann natürlich wieder zurück zum Haupt-Island und dann auf unsere Community-Dingensen zu kommen. Ja, ich überlege mir auch, ob ich nicht das Schiff nochmal baue. Na ja. Ich muss ja eh noch auf die Fischerinsel und so und muss jetzt die Quest erfüllen mit den Fischen. Mir fehlen auch noch ganz viele Fische. Da habe ich auch noch nicht alle. So. Genau. Ihr zwei kommt ja eh mit, wenn ich jetzt fahre. Und dann würde ich sagen, wir gehen nach Blübucht. Ja, ja. Los. Zack, zack. Dalli, dalli. Wusch, wusch. Da können wir uns dann auch nochmal einen Bauern mitnehmen. Wir können die hier wieder wegschicken. Das ist ja kein Thema. Aber wenn ich noch einen Bauern habe, dann haben wir auf jeden Fall nochmal zusätzlich jemanden, der sich um die Felder kümmert. Und wir haben nochmal zusätzlich einen, der, das sieht seltsam aus, der dann mitbaut, den gelben Plan. Also interessant ist es schon, aber es sieht komisch aus. Also ich weiß nicht für was. Wahrscheinlich noch nicht fertig. Das kann auch sein. So, komm, fahr mal ein bisschen schneller. Das sieht auch nicht schlecht aus. Zwei Fenster nebeneinander und dann eben diesen Bogen hier oben drüber. Finde ich auch nicht schlecht. Gestade der Entdecker. Jawohl. Wir hüpfen direkt einmal rüber zu der Landestelle. Toll. Ich muss wahrscheinlich auch einmal zu Bambusberg hängen, weil ich möchte nämlich noch unbedingt, sagen wir, was sind das für ein Unselchen? Ich möchte nämlich unbedingt noch Dünger holen. Also diese Felder, die besseres Wachstum sorgen. Die möchte ich nämlich alle dann einsetzen bei unseren Feldern. Das ist ja komisch hier. Na ja. Zufalls, äh, ne? Das wird ja alles zufällig gemacht mit einem gewissen Anteil von Erde, gewisser Anteil Sand und so weiter. Na ja, und dann kommt sowas halt auch mal dabei raus. Ich möchte halt nur nicht hier jetzt... Ah, okay, da könnten wir eigentlich abbauen. Ne, den Geist möchte ich jetzt nicht holen. Wir können hier mittendrin anfangen. Das ist eigentlich in Ordnung. Ja. Werde ich jetzt halt auch so machen. Und zwar... Gut, dann einmal normal gucken. Und gebe ihm. Und dann haue ich mich nämlich jetzt halt hier mal durch die Erde durch. Und werde hier noch... Eigentlich sollte ich mindestens 20.000 bis 30.000 von den Erdeblöcken herbekommen. Also mittlerweile denke ich mal auch, dass 10 Millionen Steine, die da verbaut sind auf so einem Eiland, also auf der kleinen Insel, wo wir jetzt sind, nichts ist. Ja, wir müssen auf jeden Fall einsammeln, weil die Blöcke verschwinden. Nämlich habe ich festgestellt, wenn ich zu weit weg bin oder wenn ich zu viel abgebaut habe, dann verschwinden diese Blöcke. Ganz komisch. Ich dachte immer, dass die liegen bleiben, aber die bleiben anscheinend nur auf dem eigenen Eiland liegen. So, gut. Aber dass ihr mir jetzt halt nicht zuschauen müsst, wie ich die Erde hier noch rausklopfe... Eigentlich sollte ich den Kohle mitnehmen, ne? Das wäre, glaube ich, so viel besser in Kohle mitnehmen, weil dann hätte ich das nämlich wesentlich schneller. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Na gut, also ihr wisst, was auf euch zukommt beim nächsten Mal. Wir werden natürlich noch ein bisschen weitermachen mit dem... Mit dem Leuchtturm, mit dem Ganzen. Und ja, ich werde währenddessen hier mal Erde sammeln. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich hinbekomme, dass ich vielleicht mit dem Golem nochmal herkomme. Alles klar, Leute. Wenn euch der Partridge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.